Angesichts des wachsenden Trends der Outdoor-Dekoration auf Terrassen, Pools und in Gärten schien es uns wichtig, auch eine Serie dekorativer Gerdienstangen anzubieten, die in diesen Bereichen verwendet werden können. Die Costa-Kollektion wurde daher mit Materialien und Oberflächen entwickelt, die sowohl eine Indoor- als auch eine Outdoor-Montage ermöglicht, um die Dekoration einer Terrasse oder eines Pool-Pavillons zu perfektionieren und dadurch ein wenig mehr Privatsphäre zu erlangen. Alle Elemente dieser Kollektion bestehen aus Edelstahl und sind mit einer speziellen Farbe beschichtet, um eine bessere Beständigkeit gegen Vorstrahlung und Feuchtigkeit zu gewährleisten. Sie ist in drei Satinfarben erhältlich, einem tiefen Schwarz, einem sehr hellen Weiß und ein zeitloses Bronze. Mit einem Stangendurchmesser von 25 mm ist sie ideal für Standardhöhen von ca. 2,5 m. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, eine 19 mm Zweitstange für Doppelvorhangsysteme hinzuzufügen. Alle Stangen sind in drei Längen erhältlich, 1,80 m, 2,40 m und 3 m. Für die Stangenenden können Sie eines unserer drei Endstückmodelle auswählen. Trendig und schlicht. Unsere Ringe, ebenfalls aus Edelstahl, sind in zwei Versionen erhältlich. Einem einfachen runden Ring und einem neuen dekorativen Clipring mit einer senkrechten Spitze an der Vorderseite. Alle unsere Ringe sind mit Gleiteinlagen versehen, um den Geräuschpegel zu reduzieren und das Verschieben auf der Stange zu erleichtern. Bei der Montage haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Halterungen. Standardwandhalterung, lange Halterung, zweiläufige Halterung und Wandlager, um die Stange von einer Wand zu anderen zu montieren. Sie können sich auch für eine Deckenmontage entscheiden. Endlich eine tolle Innovation. Die Montage dieser Costa-Stangen ist unglaublich einfach. Unser neues Click-in-Click-out-System ermöglicht eine schnelle und effiziente Montage der Stangen auf den Halterungen. Sie benötigen keinen Imbusschlüssel. Die Stange wird auf die Halterung geklippt und von einem Gummisystem gehalten, welches die Stange blockiert, ohne sie zu verkratzen oder etwaige Spuren zu hinterlassen. Um die Stange von der Halterung zu entfernen, müssen Sie nur leicht nach oben drücken, um sie zu lösen. Costa ist wirklich eine In- und Out-Kollektion. Bestellen Sie das Display schnell. Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren. Sie finden unsere Kollektionen und Inspirationen auch auf unserer Website hules.com. Bis bald!